Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rekordi mit mir und Chris und ihr seht es, ja zu Weihnachten ein kleines Case Opening, passt ja zu Weihnachten jetzt Geschenke auspacken sozusagen und ja, ich hab mir mal wieder ein paar Kisten gegönnt, hab zu Weihnachten ein bisschen Steam Guthaben bekommen konnte mir jetzt halt ein paar Kisten kaufen wir öffnen heute dreimal die Gamma 2 Kiste und sechsmal die neue Handschuh Kiste und ich hoffe, dass ich entweder Knife oder endlich mal Handschuhe oder so bekomme ey, ich hab immer noch Hoffnung, dass ich es irgendwann mal schaffen werde und ja, letztens ist ja das Knife vorbeigeflogen und wir haben es nicht bekommen und ich bin so ausgerastet, aber egal ähm, ja, ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal erstmal die Gamma 2 Kisten, weil die sind ja schon ein bisschen ausgelutscht und ja, mal schauen, ob wir heute mal Glück haben, jetzt an Weihnachten ist es ja eigentlich passend wäre auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk und ja, schön, da freut man sich doch eine P90 Grimm nice und da leckt es erstmal wieder hart rein oh man ey schade, schade, schade aber ich hab immer noch die Hoffnung, dass wir heute irgendwas Gutes ziehen Alter, komm halt die Schnauze, halt die Schnauze einfach Ventilator, da freut man sich Alter, ich hab langsam, langsam gebe ich es auf, echt ich hab keinen Bock mehr ich werde niemals ein Knife ziehen oh, okay wenigstens ein Pinkskin hab ich nix gegen ist zwar hässlich, aber wenigstens mal ein Pinkskin und jetzt kommen wir auch schon zu den Handschuhkisten ja, da sind die Waffen ja noch alle relativ hochwertig, muss ich sagen aber nicht die P2000 ähm, wie nennt man die? Turf Turf, keine Ahnung die ist nicht so geil schade auf jeden Fall haben wir schon mal einen Pink Pink gezogen ach komm ey MP9 send you nee, send scale halt dein Maul halt einfach dein Maul komm, irgendwas Gutes komm schon, Mann da kriegen wir sie nochmal, Alter das wäre so heftig, wenn wir jetzt die Dragonfire bekommen oder so das wäre richtig sick aber ich glaube nicht dran Alter, komm was ist das schon wieder für ein Opening, Alter kriegt man nur Scheiße ey ja Leute, Gaben ist ein mieser Hurensohn anders kann man das nicht sagen zwei Cases haben wir noch Alter komm, halt dein Maul ey, das ist so lächerlich Max7 Sona was ist das denn für ne Scheiße ey wer spielt ihr mit so nem Skin naja, letzte Case ich hoffe, wenigstens auf ne Red ey das wäre so geil endlich mal wieder ich hab so lange kein Red mehr gezogen komm schon halt dein Maul, ne, halt dein Maul ich hab keinen Bock mehr ne, das kann doch nicht sein das sind die hässlichsten Skins die es überhaupt gibt Alter, wer spielt hier mit sowas naja, Leute haben wir heute mal wieder Pech gehabt ähm, egal äh, danke fürs Zusehen wir sehen uns das nächste Mal bis dann tschau Leute